ich habe ich finde die waffen die ich habe ja ich habe ich habe eine blaue waffe und drei grüne waffen zwei blaue sachen und schon wieder grün hat ich war er kommt zu mir er kommt zu mir ich bin staubsauger weg auch jetzt noch du stress scht 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh mein Gott, was ist das für ein Stummgewehr? Gewöhnliche Stummgewehr. Grüne Handgun. Lickadere P90 und epische Scheiß-Headcannon. Das ist Bullshit. Ich liebe Headcannon und das. Das ist der Schreie. Das ist der Schreie. Ich bin der Schreie. Ich bin der Schreie. Ich bin der Schreie. So, die Schreie weg. Ich bin der Schreie weg. War von mir? Bist du da? Hallo? Hallo? Ich bin der Schreie. Oh. 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 er trinkt ich weiß alles okay es ist schlimm hinten oben ein dazu noch ich hab den weg geholt mit dem noscope ins kreinmal erst die das haben wir das gar ich hab auch wieder das gar warum ziehst du das gar da bekommt ich doch auch immer alles okay hat jetzt genau gleich viel leben aber gleich ich hab auch nicht ich mach headshot headshot und sowas guck das an der arme echter arme das untertrinkt ich bin ich immer am meisten das problem am frei dass ich schnell sterbe wenn ich ihm erledigen dann noch muss okay genau bei mir bei mir das egal so ist das spiel ist es ist es auch so normal im spiel gar sohn ich komme auch genau so wie korai korai und ich komme nur am mars warum macht die warum macht die wohnen kaputt korai was machst du korai es ist so böse diga so böse es ist so böse das verbrennt nicht er stirb es macht er er stirbt er stirbt er stirbt mach mal mit spitzhackel mach mal mit spitzhackel jetzt jetzt er geht ja ich war mehr in der ecke und du warst nochmals ich habe doch ich sehe hinter der wand sollte getroffen da kommt auch so ein koral digga das ist zu viel koral digga laser spieler laser ich die nicht team kommt und so hat viele fachwerf die leben und der künft schatten meine treppen sind falsch ich bin so tot wenn meine treppen noch falsch editieren editieren kann sich die tieren immer türen schau mir das gar was ich hab auch das gab eine legendary immer wenn du eines garst dann habe ich auch eines gar merkt ihr das jetzt habe ich wieder flüssigere ist ja ich habe ich habe ak und mein lieblingswaffe welche farbe ak trotzdem grüner kawa kaka ich habe ja ich hatte bis uns ich habe mein über meine piste ausgestattet dafür was mit ihm steht ja hab ihn muss man schon sagen nein das ist kein tag geschützt ich sterbe gleich selber ja ich auch die gar ich bin richtig low was zu schnell ich bin ein bisschen unnötig so schnell zu machen kannst du nicht wie bei kreuz die gar warum trifft das sind noch das richtig das war mir das gar um ich muss so trotz jahre ich habe was richtig kommt bitte kein arcker boxen nein endlich der arcker ist so gut mit skar genauso sorry das bei dir ich weiß Digga was macht ich bin unten im low ground was macht ich weiß das auch nicht das hab ich auch noch immer noch nicht getroffen oh ich hasse sowas was ist das das sind das ist ok geworfen diese waffen ja bei mir auch ich hab aber eine waffe wo jetzt gleich sterben alle wird zuerst mal ak womit ich mega aimbot hab komm her ja ein mini gun die ich jetzt bei koron oh mein gott ja muss er ausmachen oder macht er pause ich glaub ich mache pause ja kann sein indem er essen holt ok so und dann du ne ja machen ja 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 ich ja 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 hab ich ja auch aha wasfallern ein bisschen paar spielen wir oder bis 17 und jetzt wäre ich spielt oder normal ist wenn man korea ja er kommt zu dir pass auf ich habe mitgegeben nein das scheiß treten jetzt muss ich nur noch gewonnen das mal bis 17 machen ist noch schon das gar zu glück gehabt ich habe ausgaben ich magst du glück gehabt bekommen jedes meister ich habe ein mega gelagert er ist auf 100 leben korel pass auf korel pass auf k k k k k k k wir sind beide gestresst wir haben ja beide fast gar kein Leben hier ich habe gerade um 48 leben nur noch ich bin scheiße wohnen so viel messer wisch ich habe viel messer aber ich bin geworden nicht k 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 das ist der platz das weiß ich schon aber ich komme zu dir ich bin auch im low ground töten mal bitte und boxen wenn ich ok ich schaffe das boxen Oh nein. Das nervt mich. Oh, jeega. Du stirbst gleich, wenn du ein weiterer Juni nimmst. Nein, Coral, mein lecker bisschen, danke. Ah, ist nein. Nein. Oh, wie geht das noch? Ich hab alles, ich hab mein, ich hab die ganze Zeit vorhin keinen Schaden bekommen, deswegen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ja für eine schwere. Du denkst nicht, dass du sterben wirst? Nein, blau ist schon, Mann! Wie komm, ich hab... So, lass mal Coral nicht beleidigen. So wie er spürt, ist es halt. Okay? Genau. Ähm, ich hab eine Wand hier hinter der blauen Wand gebaut, Leute. Was? Was? Coral, komm mit, wir kämpfen alle zu dritt. Kamen? Ah, leiii. Wir beide? Ob sie schaue fast schon rein. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR